Die USA haben also angekündigt, der Ukrainer eine Einheit des Flugabwehrsystems Patriot zu liefern. In den Tagesthemen hat mein Kollege Helge Fust den Verteidigungsexperten Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik gefragt, wie das denn den Kriegsverlauf verändern könnte. Wie es immer so ist, wir haben es hier mit dem Krieg der verbundenen Waffen zu tun. Das heißt, nicht ein einzelnes System macht den sogenannten Game Changer. Aber natürlich hilft es die Lücken, die zurzeit noch da sind. Es wird ja immer Munition verschossen, Flugkörper verschossen, um russische Angriffe abzuwehren. Das System hilft jetzt hier natürlich einfach diese Lücken zu schließen, sodass man dauerhaft oder erstmal für die nächste Zeit sicherstellen kann, dass der ukrainische Luftraum weiterhin geschützt werden kann. Aus Ihrer Sicht der richtige Schritt militärisch auf dieses System jetzt zu setzen an dieser Stelle? Ich glaube, man hat einfach nicht wahnsinnig viel Auswahl. Das muss man ja auch ganz klar unterstreichen. Wir sehen, dass Europa und die USA zusammenkratzen, was sie haben. Man kann so schnell nicht nachproduzieren. Von daher, glaube ich, ist es richtig, nicht nur das System zu liefern, sondern es geht hier ja nicht nur um den Schutz der Ukraine, sondern letztendlich auch darum, klarzumachen, dass wir diesen Staat unterstützen und seine Souveränität unterstützen. Und dafür haben wir alle zugesagt, dass wir tun, was wir können. Und die USA kann das jetzt liefern. Von daher ist dieser Art von Alleingang richtig. Die deutsche Bundesregierung hingegen hat sich mehrfach gegen die Lieferung eines Flugabwehrsystems ausgesprochen. Weshalb und wie wird sich die Bundesregierung jetzt dazu verhalten? Also wie die Bundesregierung sich dazu verhält, weiß ich nicht. Die Bundesregierung ist, wenn ich das so sagen darf, in ihrer Entwicklung immer ein bisschen hinter der Kurve. Wir haben lange Zeit lang Bundesverteidigung nicht für wichtig erachtet. Jetzt glauben wir, dass das das Wichtigste ist und stellen die Patriot dafür zur Verfügung. Tatsächlich muss man aber sagen, der wirkliche heiße Krieg, der läuft ja gerade in Europa, in der Ukraine. Von daher wäre es nachvollziehbar, wenn die Bundesregierung die Patriots auch in die Ukraine liefern würde, um dort das große sicherheitspolitische Problem zu lösen. In Polen, dort, wo sie stationiert werden sollen, helfen sie tatsächlich nur in theoretischer Hinsicht. Russland warnt vor der amerikanischen Patriot-Lieferung. Ist das der übliche Reflex oder wie könnte Russland darauf reagieren? Natürlich ist das eine Situation, die Russland es nicht einfacher macht. Von daher ist es klar, dass hier die rhetorische Maschine angeschmissen wird und davon geredet wird, das wären legitime Ziele. Natürlich sind sie das. Auch deutsche Haubitzen sind legitime Ziele. Auch die Iris-T, die wir geliefert haben, aus russischer Sicht, sind das alles Ziele, die man angreifen kann. Aber mehr ist es dann auch nicht. Die Russen werden jetzt keine besondere Anstrengung machen, ausgerechnet dieses System jetzt auszuschalten. Bisher galt ja, dass die Ukraine die Waffen der NATO, also auch diese ausschließlich für die Verteidigung einsetzt, auf eigenem Boden. Gehen Sie davon aus, dass sich die Ukraine weiter daran hält? Diese Waffen sind ja erstmal dazu da, den Luftraum zu schützen. Von daher haben sie keine Angriffsoptionen. Aber auch da muss man sagen, zur Verteidigung gehört, das haben wir ja jetzt gesehen, zur Verteidigung des Staatsgebietes der Ukraine gehört auch der Angriff. Die Ukraine hat legitimerweise mehr als 50 Prozent des Geländes, das sie verloren hat, zurückgewonnen. Und das ist, solange es nur darum geht, das verlorene Territorium zurückzubekommen, ein Teil von Verteidigung. Wo stehen wir denn jetzt nach fast zehn Monaten Krieg? Ja, wir haben zehn Monate oder 300 Tage hinter uns. Die Ukraine hat gezeigt, dass sie militärisch nicht besiegbar ist, dass sie in sehr kurzer Zeit Gelände wieder zurückgewinnen kann. Der Westen hat es in der Hand, es möglich zu machen, dass dieser Krieg sehr schnell zu Ende ist. Und dafür muss er tatsächlich seine Anstrengungen deutlich erhöhen. Die USA tun das und sie werden es in 2023 noch mehr tun. Es liegt letztendlich an Europa, hier nicht weiter zurückzufallen. Denn es geht ja vor allen Dingen um die Sicherheit Europas, bei der die USA jetzt wieder massiv in die Pflicht genommen werden. Eigentlich wäre es die Aufgabe der Europäer, diese Art von Lieferungen sicherzustellen. Sie sagen, die Unterstützung der USA wird im kommenden Jahr größer werden. Da gibt es zum einen die Zusagen natürlich von heute, die im nächsten Jahr dann greifen. Aber darüber hinaus, wenn man auf den US-Kongress schaut, ist diese Unterstützung in Zukunft ja nicht mehr ganz so sicher. Oder wie schätzen Sie das ein? Auf der einen Seite hat man im industriellen Bereich jetzt erstmal sichergestellt, dass man die Munition liefern kann. Also auch da hat man den Hebel umgelegt. Darauf warten wir in Deutschland ja noch so ein bisschen. Und gleichzeitig hat die US-Regierung vorgebaut und wann immer es möglich war, große Pakete mit Geld und militärischer Hilfe geschnürt. So dass eben die Unwägbarkeiten in der Innenpolitik sich nicht auf die Außen- und Verteidigungspolitik auswirken können. Das sagt der Verteidigungsexperte Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Danke für Ihre Einschätzung. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.